Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 16. November 2017? Diese Frage beantworte ich selbstverständlich, aber erstmal möchte ich etwas bekannt geben. Ich habe meinen Internet-Shop eröffnet und ab sofort könnt ihr schon Ware bestellen. Und es befindet sich unter www.denderasusannamedici.com Es wird natürlich noch erweitert, ist noch in Bearbeitung, aber die Produkte, die abgebildet sind, sind schon bestellbar und ich liefere das alles aus Mallorca. Und jetzt, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Mond bewegt sich im Tierkreis Zeichnen Waage im Grenzbereich, weil übergeht im Tierkreis Zeichnen Skorpion. Mond hat eine abnehmende Mondphase und nähert sich zu Neumond. 18. November ist Neumond. Das bedeutet, Sonne und Mond treffen sich im Tierkreis Zeichnen Skorpion. Mond hat einen Einfluss noch von Bärenhütern. Dieser Bärenhüter bewacht die beiden Bären, der große Bär, oder besser gesagt Bärin und den kleinen Bär. Die Geschichte habe ich gestern erzählt in meinem Tageshoroskop. Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreis Zeichnen Stier und nähert sich zu einer Position, wo bestrahlt wird von Sternalkohol. Dieser Sternalkohol wird seit Mittelalter als Dämon bezeichnet. Früher, bei Antiken und noch früher bei den Ägypter, wurde dieser Stern noch verehrt. Es ist ein Dreifachstern und ändert sich die Farbe und die Helligkeit. Und das haben die Ägypter benutzt zum Voraussagen, bestimmten Tagen Voraussagen, die günstigen und ungünstigen Tagen. Dieser Sternalkohol befindet sich im Bereich Kopf der Medusa. Diese Medusa ist die Furchterregende und das steht in Verbindung zum Andromeda. Und die Geschichte habe ich schon einige Male erzählt, aber jetzt schauen wir mal, wie beeinflusst diese kosmische Energie die einzelnen Tierkreis Zeichnen. Die Tierkreis Zeichnen wagen Geboten, sind wichtige Themen, Bekanntschaften, Freundschaften oder ein Verein oder eine Partei, treffen mit gleichgesinnten Menschen. Aber nicht nur das ist wichtig, diese zwischenmenschlichen Kontakten, sondern auch die berufliche Situation. Bei vielen Wagengeborenen ist ein Neuanfang oder Neuorientierung. Einige suchen ihren wahren Berufung oder möchten sich etwas verbessern in beruflicher Situation. Oder bei vielen ist es auch ein beruflicher Aufstieg. Die Wagengeborenen haben auch die Möglichkeiten, die Chancen zu einer Veränderung, aber sie sollen selbst die Schritte machen, auch Mut zu zeigen. Kraft und Mut, etwas Neues beruflich anfangen. Die Tierkreis Zeichnen, Skorpiongeborenen, haben immer noch eine ganz starke Auftreten, Ausstrahlung. Sie werden wirklich wahrgenommen zur Zeit. Es kommt auch mehr Klarheit, mehr Orientierung und in den nächsten Tagen ist auch einiges in Bewegung. Sie trinken auch etwas in die Öffentlichkeit, ins Licht. Das ist auch ein Aufstieg gleichzeitig bei den Skorpiongeborenen. Bei diesem Neu-Mund eher eine Zurückhaltung, meditative Haltung. Aber im Allgemeinen ist es doch ein Aufstieg. Und sie präsentieren etwas oder zeigen etwas in die Öffentlichkeit. Oder sie stehen selbst im Mittelpunkt. Wichtiger Thema ist noch bei den Skorpiongeborenen die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreis Zeichnen, Schützengeborenen, verbessert sich einiges im Leben. Und es gibt auch Selbstsicherheit. Die Schützengeborenen werden auch wahrgenommen. Und heute ist auch eine gute Nachricht zum Erwarten. Oder ein wichtiger Termin oder ein wichtiger Vertrag. Es kommt auch alles in Ordnung. Die Tierkreis Zeichnen, Steinbockgeborenen, verbessert sich etwas in die kommenden Tagen. Und es kommt auch etwas im Fluss. Die Steinbockgeborenen haben etwas beendet oder fertig gemacht. Und jetzt haben sie wieder Kraft. Und sie spüren auch diese innere Kraft in sich. Wichtiger Thema ist noch bei den Steinbockgeborenen die Werte. Die eigenen Selbstwertgefühl oder Wertschätzung. Aber auch die Finanzen. Und hier in diesem Bereich bewegt sich jetzt Lilith. Und es ist ein Energiefeld. Und es sagt aus Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und es sollen die Steinbockgeborenen auch ernst nehmen und es in Form bringen. Dazu benötigen natürlich auch Kraft und Mut. Bei den Tierkreis Zeichnen, Wassermanngeborenen, wird in den kommenden Tagen ein gewisses Einschränkungen da sein. Oder sie fühlen sich unsicher oder etwas nervös. Erst dann nach dem Neumond, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann ist eine Verbesserung für die Wassermanngeborenen. Kleinere Veränderungen sind möglich. Kleine Reise oder ein Besuch bei Verwandten oder in vertrauten Umgebung. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen und leben ihre Träume. Sie sollen auch intuitiv handeln oder lassen sie sich inspirieren. Das ist die Stärke, die Fischengeborenen. Und es kommt auch jetzt alles im Fluss. Die Gespräche können momentan unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachrichtung. Das kommt noch nicht und das verunsichert ein bisschen die Fischengeborenen. Die Tierkreis zeichnen Wittergeborenen sind Umbrüche und Veränderungen. Es ist die schöpferische Kraft da. Aber sie sollen darauf achten, dass sie brauchen auch die Ruhe, die Zurückgezogenheit, die inneren Kraft zu entdecken. Und das sollen die Wiedergeborenen ein bisschen ausgleichen. Es kann passieren, dass momentan Einflüsse kommen von außen und es erscheint erst mal undeutlich und unklar. Also ein gewisser Klärungsbedarf ist da. Aber eine gute Nachricht ist unterwegs. Und Veränderungen, Umbrüche auch. Und kommt auch alles in Form. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen. Ist wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft. Aber auch die berufliche Situation, beides. Und das sollen sie auch im Gleichgewicht bringen. Etwas werden die Stiergeborenen klar und deutlich erkennen. Aber wichtig ist, Besonderes sind die Liebe, Partnerschaft, auf anderen zugehen, Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen, die Kontakt suchen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder einem wichtigen Termin oder einem Vertrag, was auch Vorteile hat. Die Zwillingsgeborenen haben Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Es ist auch die Begeisterung da. In der Liebe, Partnerschaft fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen und kommt in die Tagen etwas im Fluss. Sie sollen auch intuitiv handeln, ihren Träumen vertrauen. Die Krebsgeborenen befinden sich zur Zeit in einer Wandlung. Aber Liebe, Partnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur jetzt, sondern auch in die kommende Zeit bei den Krebsgeborenen. Bei den Löwengeborenen werden in den kommenden Tagen Einschränkungen sein. Und sie können gut handeln, erst dann nach Neumund, wenn die zunehmende Mundphase beginnt. Das wäre ein guter Zeitpunkt, etwas Neues zum Starten. Aber gute Gespräche ist zum Erwarten. Die Nachricht ist unterwegs und Kraft und Mut haben die Löwengeborenen. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen ist wichtig. Die beruflichen Erfolg und auch Anerkennung. Und das kommt auch in die kommenden Tage im Fluss. Und sie werden etwas in Ordnung bringen. Und sie haben zur Zeit beruflichen Erfolg. Aber nicht nur das Wichtigste, sondern die liebe Partnerschaft auch. Und da erleben die Jungfraugeborenen auch eine gute Zeit. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und ich möchte noch aufmerksam machen auf die Blitzberatungen. Und ich erkläre, was das ist. Es funktioniert schriftlich. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihren Lebenssituation. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Dann stellen Sie Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.